Wer hat sechs Grammys und wird immer noch grausam unterschätzt? Richtig, Branly Carlyle. Die US-amerikanische Sängerin hat vor wenigen Wochen ihr neuestes Album, ihr siebtes Album, Indie Silent Days veröffentlicht und kann auch damit schon wieder bei den nächsten Grammys richtig groß abräumen. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt natürlich genauer an. Hi, ich bin der Martin und ich darf euch wieder mal begrüßen hier bei einem neuen Video auf Pandroid Music. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, freue ich mich natürlich über ein Abo. Ja, und wie gesagt, heute geht es um Branly Carlyle. Seit 16 Jahren ist Branly Carlyle schon eine feste Größe in der Amerikaner-Szene. Jetzt werden sich viele fragen, was ist denn Amerikaner? Wer hört Amerikaner? Ja, das ist eine gute Frage. Immer noch sehr wenige Menschen, in unseren Breitengraden natürlich. In den USA ist das anders. Country, Bluegrass, Amerikaner, das steckt da irgendwie alles so ein wenig unter einer Decke. Country ist sicherlich das bekannteste von diesen Genres, aber Amerikaner, das ist eben noch einmal so eine eigene Form des Fog, des Bluegrass eben. Also Singer-Songwriting. Da geht es natürlich viel um Natur, natürlich viel um Kultur, manchmal auch ein wenig ums Christentum oder um die Religion. Je nachdem, wie man es halt eben auslegt und anlegt. Ja, und Branly Carlyle ist da eine große Vertreterin davon. Sie hat relativ spät eigentlich erst angefangen mit der Musik, hat sich mit 17 Jahren das Klavierspielen und das Gitarrenspielen selbst beigebracht und ist dann aber schnell durchgestartet. Ihr letztes Album, das sechste Studioalbum, By the Way, I Forgive You, war unter anderem bei den Grammys eben als Album des Jahres nominiert und konnte dann eben auch als bestes Amerikaner-Album den Grammy mit nach Hause nehmen. Jetzt ist sie auch schon wieder oft nominiert, obwohl dieses Album noch nicht so lange heraus und ist eben erst Anfang Oktober herausgekommen, aber ein paar Singles sind schon ziemlich durch die Decke gegangen. Zumindest so viel, dass man sie jetzt eben nominiert hat. Ihre Stärke liegt im Songwriting und da widmet sie sich extrem vielen Themen, hauptsächlich aber in jüngerer Vergangenheit natürlich ihrer Beziehung bzw. ihrer Ehe mit ihrer Frau bzw. der Geschichte bzw. dem Leben ihrer beiden Kinder. In These Silent Days dreht sich um Zweifel, um Trennungen, aber auch irgendwie um diese Gewohnheit, die sich so einspielt, wenn man in einer langen Beziehung ist und die Liebe ja so gewöhnlich wird oder eben nicht mehr außergewöhnlich ist. Aber es dreht sich auch um Ratschläge, um Ratschläge, die sich selbst gibt bzw. ihrem früheren Ich oder auch ihren Kindern mit auf den Weg geben will. Das ist so das Grundkonzept von In These Silent Days und auch im Opener Right On Time, der handelt dann auch schon davon, von diesen Entscheidungen, die man mitunter einfach so aus dem Affekt trifft und wo man im Moment eben glaubt, das ist die richtige Entscheidung, aber es stellt sich später heraus, es war die falsche. Aber im Moment fühlt sich die Entscheidung gut an und das behandelt sie eben in diesem Opener, der schon sehr mächtig auftritt. Wir haben eh schon ein klein wenig in diesem Grammy Predictions Video darüber gesprochen, Right On Time ist unter anderem auch für Song of the Year nominiert. Also ja, der ist riesengroß, ist eine riesengroße Ballade mit ganz leichten Rock-Einlagen zum Schluss noch, vor allem aber sehr großem Gesang. Brandy Carlyle hat so eine riesengroße Stimme, so eine volle Stimme und sie weiß sie eben dann auch einzusetzen. Das ist einfach fantastisch, wenn dann solche Songs dabei rauskommen. Das Album schlägt aber mit sehr vielen verschiedenen Genres auf. Wir haben ja ein wenig Country zum Beispiel im dritten Song, This Time Tomorrow. Das ist eine Liebeserklärung an ihre Kinder bzw. an ihre älteste Tochter, die schon auch ziemlich mitnehmen kann. Dieser Song kann sehr mitnehmen. Es ist ein sehr, sehr rührseliger Song, wenn sie eben sagt, ja, sie wird nicht für immer da sein, aber trotzdem für immer bei ihr sein. Und natürlich, wenn man da ein wenig näher am Wasser gebaut ist, dann könnte man schon mit den Tränen zu kämpfen haben. Es ist wirklich sehr schön gemacht, aber vor allem durch diese Chöre oder diese Mehrstimmigkeit, die sich da durchzieht mit den dezenten Gitarren, das ist sicherlich, ja, das macht schon was mit einem. Also es ist wirklich sehr toll arrangiert. Neben Country gibt es dann plötzlich ein wenig Gospel. Das hört man in Letter to the Past heraus. Das ist natürlich, ja, wie der Name und der Titel schon sagt, eine Geschichte, ein Brief, den sie an ihr früheres Ich schreibt. Das ist schon so eine massive Ballade, die aber dann auch mit ein wenig, ja, sehr gut eingesetzten, sie weiß, wie man sie einsetzt, pastoralen Chören aufschlägt. Und das sorgt dann auch für die nötige Stimmung, die dieser Song dann nochmal braucht. Neben Country und Gospel darf natürlich auch Falk nicht fehlen. Das ist natürlich eine Paradedisziplin für Brandy Carlyle. When You're Wrong handelt dann von einer geliebten Person, die ziemlich viele Fehler gemacht hat, aber es trotzdem noch wert ist, dass man sie liebt. Also es geht darum, dass egal welche Fehler du machst, das passt schon. Du bist immer noch wert, geliebt zu werden. Ja, und das setzt sie dann sehr eindrucksvoll um, so wie auch in Mama Werewolf, wo sie eigentlich darüber spricht, dass sie Angst hat, so zu werden wie ihre Mutter oder die gleichen Fehler zu begehen. Und das ist aber schon ein Song, der extrem gut sich aufbaut, der mit Tempo und mit Drama spielt, wo sie eben genau weiß, wo sie ansetzen muss, damit dieser Song dann sich eben so groß macht, wie er tatsächlich ist. Das ist wirklich sehr gut umgesetzt, das ergaloppiert dann auch so. Das ist wirklich, wirklich sehr gut. Andererseits muss man auch sagen, Mama Werewolf ist vielleicht ein wenig mehr Bluegrass. Und dann gibt es noch einen Song wie Stay Gentle, der ist der kürzeste Song des Albums, aber der wartet dann mit einem sehr schönen Duett zwischen der akustischen Gitarre und Brandy auf. Und der besticht einfach durch eine extrem schlichte Schönheit. Brandy Cardall orientiert sich ja prinzipiell an keinen KünstlerInnen, aber ein bisschen Johnny Mitchell hört man dann schon durch. Und vor allem im zweiten Song, You and Me on the Rock, der könnte tatsächlich auch von Mitchell stammen. Der macht auf ganzer Linie Freude und der beweist eben auch, dass man mit relativ einfachen und wenigen Kniffen, einem relativ, ja, sagen wir mal Basic-Arrangement, schon sehr viel Freude machen kann. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Aber Brandy kann auch rockiger. Die Gitarren waren in Broken Horses ausgepackt und die galoppieren zusammen mit diesem Klavier vollkommen dahin. Und die bilden dieses Grundgerüst für ein absolutes Brett an hochklassiger Musik. Das dauert fast fünf Minuten oder ein bisschen mehr wie fünf Minuten, aber da passiert so extrem viel. Es ist so ein richtig großer, richtig großer, fetter Song, wo man wirklich merkt, wie sehr sich Brandy alles aus der Seele singt, alles von der Seele singt, alles aus dem Körper singt. Das ist wirklich galoppierend. Also dieses Broken Horses-Thema, das stimmt tatsächlich, es galoppiert mit dir dahinten. Und wie auch in jedem anderen Lied überzeugt sie vor allem die HörerInnen dadurch, dass sie es eben schaffen kann, die nötige Emotion, die richtige Emotion für das, was sie ausdrücken will, auch in ihre Stimme zu bringen. Das zeichnet sie dann auch sehr, sehr aus. Ich stelle mir dann die Frage, wenn ich so einen Song wie Broken Horses höre, warum ist die noch nicht in diesen Sphären wie Adele? Adele ist natürlich einer der größten Popstars unserer Zeit, keine Frage. Aber rein vom musikalischen, vom Können sollte Brandy Carlyle da eigentlich auch schon stehen. Sie sollte noch mehr im Mainstream drinnen sein. Sie neigt aber vielleicht auch ein wenig dazu, das mit der Rockgeschichte ein wenig zu übertreiben. In Sinners, Saints and Fools, da ist schon sehr viel aufgeblasene Rockmusik dabei. Die Story, die dieser Song erzählt, ist ja sehr, sehr spannend. Da geht es um einen Mann, der im rüdischen Leben quasi Flüchtlinge und Migranten immer ablehnt oder abschiebt oder ja nicht ins Land hereinlassen will. Und dann, nachdem er gestorben ist, selbst an den Toren zum Himmel warten muss, weil sie eben auch keinen Platz mehr haben. Und das ist dann eine sehr schöne Parabel, das muss man auch ganz klar sagen. Dieses Christliche, das hört man nicht immer durch, aber in manchen Facetten natürlich schon und ja, in dem Fall natürlich ganz klar. Aber rein vom musikalischen her, es gibt gute Elemente. Es ist ein sehr streicherlastiges Thema, das dann aber eben abgelöst wird von den Gitarren. Aber das ist zu viel. Das ist vor allem hinten raus zu viel. Es kratzt so an der Kurve. Es kratzt vielleicht gerade noch die Kurve, dass sie sich eben ausgeht und dass es nicht ganz zu fehl am Platz wirkt. Aber ja, war vielleicht einfach ein bisschen, ein bisschen eine Nuance. Too much, wenn man es so ausdrücken darf. Und dann gibt es noch den Closer, Throwing Good After Bad. Den gestaltet sie wieder ruhiger, aber nicht weniger wuchtig. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Ballade zum Abschluss dieses Albums, wo man eigentlich nichts anderes sagen kann wie Wow. Als Fazit kann man sagen, wahrscheinlich sollten wir alle mehr Amerikaner hören. Weil sehr vieles von diesem Album hat mich daran erinnert, was ich mir eigentlich von Adele's 30 gewünscht habe. Es ist so groß und gleichzeitig aber auch ein wenig mutig. Es hat so viele verschiedene Facetten. Es hat extrem gute Texte zu bieten, sehr gutes Storytelling zu bieten. Es schafft eben auch, dich mitzureißen. Es gibt sehr ruhige Passagen, die man vielleicht auch braucht, wenn es dann zwischendurch so rührselig wird oder ganz schneller oder härter unter Anführungszeichen. Aber es ist wirklich ein sehr schön ausbalanciertes Album, muss ich ganz klar sagen. Also in these silent days besteht ein Authentizitätstest auf ganzer Linie und ist ein fast perfektes Album. Es gibt ein paar kleine Abzüge, wirklich nicht viele, wo man dann immer noch solide Songs erhält, aber noch nicht die ganz perfekten. Deshalb kann ich diesem Album 4,5 von 5 Pendreads oder eine weitere 9 von 10 geben. Also eine weitere 9 von 10. Wer am Montag schon Magdalena Bass Mercurial World die Review dazu gesehen hat, der weiß, ich habe schon eine 9 in dieser Woche vergeben, aber es steigt ja nicht, wenn wir so viel gute Musik besprechen, würde ich sagen. Das war die Review zu Brandy Karl als in these silent days. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr liked das Video, abonniert den Kanal. Und wir bleiben natürlich dann so ein wenig im Austausch, damit wir uns dann in ein paar Tagen wiedersehen, wenn wir uns JPEG Mafias LP wirklich widmen. Das wird auch sehr stark, kann man jetzt schon sagen. Also bis dahin, bleibt gesund, alles Gute und ciao.